Hallo zusammen, Thomas hier. Der Faszination des Meeres kann sich wahrscheinlich kaum jemand von uns entziehen. Gerade für uns als Landschaftsfotografen, Fotografinnen, ist das Meer natürlich eine ganz spannende Sache und jeder von uns geht sicherlich unglaublich gerne ans Meer fotografieren. Und wenn ihr, so wie ich, aus Deutschland kommt, in Deutschland wohnt, dann haben wir ja zum Glück das Meer, je nachdem wo wir da wohnen, auch gar nicht ganz so weit weg, denn wir haben mit der Ostsee und mit der Nordsee relativ viel mehr, na ich sage mal, mehr oder weniger vor der eigenen Haustür. Und insbesondere die Nordsee ist natürlich noch ein bisschen wilder und ein bisschen rauer als die Ostsee. Und die Inseln, die wir in der Nordsee haben, sind natürlich auch fotografisch besonders reizvoll. So wie beispielsweise Norderney. Die Fotos, die ich euch heute zeige, um die es heute geht, sind alle auf Norderney entstanden. Deswegen in dem Fall Norderney kann aber auch jede andere Nordseeinsel oder in dem Fall auch Ostfriesische Insel sein. Und es geht heute darum, was kann man denn jetzt um diese Jahreszeit so im Dunklen, Nebligen, Trüben, November beziehungsweise Herbst und Winter fotografieren. Wenngleich so ein großer Unterschied ist vielleicht gar nicht, zumindest was die Landschaftselemente anbelangt, die wir da fotografieren können, gegenüber den anderen Jahreszeiten. Nur das Licht ist eben ganz anderes und wie gesagt, ich habe es gerade angesprochen, wenn es so trübe ist, ist es oft gar nicht so einfach, dann auch die Sachen so richtig zu sehen. Fangen wir aber erstmal mit dem an, was kann man denn am Meer fotografieren? Auf den angesprochenen ostfriesischen Inseln, in dem Fall auf Norderney. Einmal haben wir natürlich das Meer, mal mit Watt, je nachdem auf welcher Seite der Inseln wir sind oder wo wir uns da befinden, das Meer mal mit Watt oder mal mit Sand. Dann haben wir ganz, ganz viel Himmel am Meer, dann haben wir Sand entweder direkt als Strand am Meer oder in der einen oder anderen höheren oder flacheren ausgeprägten Düne. Und Sand haben wir da wirklich sehr viel. Und was wir noch haben, ist Gras. Ganz konkret der Strandhafer, der im Prinzip den Sand festhält und dann entstehen im Prinzip Dünen draus. Also wir haben das Meer, wir haben Sand oder meinetwegen auch das Watt, wir haben Himmel und wir haben Gras. Also die vier Landschaftselemente haben wir da und das war es aber auch. Mehr gibt es da nicht. Also wenn wir uns andere Landschaften angucken, da geht sicherlich mehr. Das heißt, wir haben am Meer eigentlich eine relativ einfache, insbesondere auch bei uns an der Nordsee in dem Fall, eine sehr einfache, eine sehr reduzierte Landschaft. Und das ist gar nicht so einfach, mit so einer reduzierten Landschaft gute, ansprechende Fotos zu machen. Und da braucht es auch tatsächlich eine Weile, um sich erstmal einzusehen, überhaupt erstmal Bildideen zu entwickeln. Was kann ich denn in dem Fall beispielsweise mit dem Sand, mit dem Gras und mit dem Himmel überhaupt machen? Das sieht ja irgendwie eigentlich erstmal alles unfassbar gleich aus. Hast du eine Aufnahme gemacht, hast du am Prinzip alles fotografiert. Wenn man sich aber erstmal Zeit genommen hat und sich eingelassen hat auf diese Einfachheit, auf diese reduzierte Landschaft, dann wird man plötzlich feststellen, dass man anfängt, immer mehr interessante Motive zu sehen. Immer mehr interessante Motive von den immer gleichen Landschaftselementen. Und die Fotos können auch alle durchaus unterschiedlich aussehen. Und heute geht es, wie gesagt, um vier Fotos, die ich allesamt auf Nordanei fotografiert habe, in diesem Jahr, im November, und zwar während des Fotoworkshops im November, auf Nordanei. Ich fotografiere bei einem Fotoworkshop grundsätzlich nicht. Nicht für mich, denn ich bin natürlich für die Teilnehmer da. Mein Job ist es, alle Teilnehmer auf Fotoworkshops so gut es mir möglich ist, zu unterstützen. Und die Fotos, die ich gemacht habe, sind deswegen auch nicht Fotos, die ich für mich gemacht habe, sondern das sind Fotos, die ich gerne auf Workshops auch als Ideengeber mache. Ich gehe auch durchaus durch die Landschaft, wo wir uns dann während des Workshops aufhalten, in dem Fall auf Nordanei, und mache Beispielfotos, um gerade diejenigen oder denjenigen zu unterstützen, die sich noch ein bisschen schwer tun vielleicht mit dem, von dem, was sie sehen, wie können sie es umsetzen. Also die vier Fotos, das sind so die klassischen Ideengeber, die ich fotografiere, um sie dann den Teilnehmern als Bildidee mitzugeben, damit sie dann damit vielleicht einen Anhaltspunkt haben, um sich dann erstmal auch so fotografisch reinzufummeln in die Fotografie, in so einer reduzierten Landschaft. Noch die ein oder andere Vorbemerkung, bevor wir uns jetzt die Fotos angucken. Wir hatten dieses Jahr auf Nordanei durchaus ein relativ trübes Wetter. Ich habe es gerade schon angesprochen, das macht es nicht einfacher. Es macht einen unfassbaren Unterschied, ob die Sonne scheint und man einen starken Kontrast in der Landschaft hat, der die Landschaft auch richtig plastisch macht, die dreidimensional macht, oder ob man so ein trübes Milchglaswolkenwetter hat, sodass im Prinzip alles flach ist und alles gleich aussieht. Das macht es natürlich nochmal unfassbar schwerer, so eine Landschaft oder in so einer Landschaft Bildideen, Motivideen zu entwickeln. Und deswegen, die vier Fotos, die wir heute sehen, sind allesamt unter den gleichen Lichtverhältnissen gemacht. So ein ganz trüber, miesiger Novembertag, wie wir den bei uns in Deutschland, zumindest im Norden und im Westen, schon mal häufiger haben. Und die vier Fotos, um die es geht, ich blende euch die jetzt gerade mal in der RAW-Version ein, so wie sie aus der Kamera kamen. Die sehen erstmal alle nicht unbedingt sehr spektakulär aus, die sehen eigentlich nach nichts aus. Und das sind auch so klassische Fotos, wo es ganz wichtig ist, eine gute Bildidee zu haben und auch schon eine Idee zu haben, wie man so eine Aufnahme später in der Bildbearbeitung mit den Möglichkeiten der Bildbearbeitung ausprägen möchte, um das Bild in eine ganz bestimmte Richtung zu entwickeln. Also bei den Fotos, finde ich, geht ganz besonders gut, geht das Fotografieren und die nachgeordnete Bildbearbeitung Hand in Hand. Und wenn man dann schon beim Fotografieren eine Bildidee hat und auch eine Vorstellung, wie man das Bild in der Bildbearbeitung ausprägen will, ist das echt unheimlich viel wert. Gut, gucken wir uns mal nach und nach die vier Aufnahmen an, so wie sie aus der Kamera gekommen sind und wie ich sie dann letztendlich entwickelt habe. Wobei, ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen Entwicklungseinschritt eingehen. Es geht mir heute nicht um das Thema Bildbearbeitung, sondern mir geht es wirklich nur darum, um euch so ein paar Ideen zu geben, was kann man denn mit den Mitteln der Bildbearbeitung aus solchen Fotos letztendlich machen. Gut, fangen wir an, gucken wir uns die erste Aufnahme an. Und da gehe ich mal in Photoshop, denn ich habe alle Aufnahmen in Photoshop entwickelt. Und zwar aus dem Grunde, weil ich alle Aufnahmen ergänzend mit Silver FX Pro vorentwickelt habe. Also ich habe den Aufnahmen erstmal ihre wesentliche Ausprägung in Silver FX Pro mitgegeben, um dann den Rest zu machen. Und gucken wir uns das mit der ersten Aufnahme an. Das Prinzip ist gleich bei den Aufnahmen durchgehend sehr, sehr ähnlich von dem, was ich mit den Aufnahmen gemacht habe. So, das ist also die erste Aufnahme. Die sieht, wie gesagt, nach nicht sehr viel aus. Wir haben einmal eine Sandfläche. Wir haben hier den Strandhafer, der hier auf der rechten Seite ein bisschen fülliger ist und dann so ein bisschen ausdünnt nach links. Und wir haben einen nach nichts aussehenden Himmel. Und das ist erstmal gar nichts. Und die Aufnahme habe ich gemacht und die Idee zu der Aufnahme hatte ich auch, weil so eine Düne hat ja auch durchaus sehr verschiedene Charakteristiken. Das ist auch etwas, was man dann im Laufe der Zeit sehr, sehr gut sieht und auch plötzlich dann unterscheiden kann. Gerade da, wo der Wind den Sand schön verweht hat, so wie bei einer Schneeverwehrung, gibt es regelrechte Sandverwehrung. Und da ist der Sand ganz weich. Da haben wir gar keine großen Strukturen in dem Sand. Und genau das war auch das, was mich unter anderem an diesem Bildausschnitt gereizt hat. Dieses Weiche des Sandes, was wir hier unten sehen. Und dann haben wir ergänzend, ich sage mal quasi die Krone der Düne, wird begleitet, wird abgeschlossen von dem Strandhafer, der auf der rechten Seite fülliger ist und nach links ausläuft. Also so linienhaft die Krone der Düne nachzeichnet. Und dann haben wir da oben einfach noch den Himmel drin. Und wie gesagt, der Himmel sieht erstmal noch nichts aus. Und jetzt kommt nämlich SilverFX Pro ins Spiel. Das erste, was ich nämlich gemacht habe, mit SilverFX Pro habe ich die Aufnahme erstmal in schwarz-weiß ausgeprägt. Und ihr seht, was da passiert. Erstmal, mache ich ganz bewusst, habe ich einen sehr harten Kontrast rausgearbeitet. Und das hat mehrere Vorteile. Das, was an Licht, an Schattenspiel da ist, kriege ich damit besser rausgearbeitet. Und vor allen Dingen, wir kriegen in dem Himmel noch eine gewisse Struktur, eine gewisse Zeichnung, die wir eben gar nicht gesehen haben. Das heißt, der Himmel kriegt eine gewisse, wird interessant in einer gewissen Art und Weise und sieht nicht mehr so langweilig aus. Dann habe ich ein bisschen retuschiert, denn ich habe hier vorne, in den vorderen Partien, habe ich diese etwas störenden Elemente rausgenommen und dieses Weiche des Sandes unterbrechen und, ja, im Prinzip auch stören. Und dementsprechend habe ich das rausgenommen. Habe das ganz einfach mit dem Stempelwerkzeug in Photoshop, habe ich das weggestempelt. Und im nächsten Schritt habe ich dann ein Smart-Objekt angelegt und habe das Ganze dann mit Adobe Camera Raw weiter bearbeitet. Und da ist gar nicht mehr so sehr viel passiert. Ihr könnt das sehen. Ich nehme es nochmal raus. Ich habe die Aufnahme noch ein bisschen nach unten gesetzt und im Wesentlichen habe ich eine Vignette draufgelegt. Ich habe also über diesen Bereich eine Vignette gelegt und habe die umgebenden Bereiche abgedunkelt, damit der Strandhafer, dieser Dünenkamm, das ist ja mein Motiv, der Strandhafer, der oben auf dem Dünenkamm entlangläuft, den wollte ich rausarbeiten. Da kulminiert die Aufnahme. Da guckt der Betrachter letztendlich natürlich hin. Dadurch, dass die Aufnahme aber mit Silverbex Pro sehr hart ausgearbeitet ist, das ist mir jetzt so zu hart, habe ich ergänzend die Ebene auch nochmal mit dem gaussischen Weichzeichner bearbeitet. Und dann kriegt das Ganze so was Mystisches. Und ich finde, das passt wunderbar auch zu diesem weichen Sand überhaupt, genau zu dieser Lichtstimmung. Und das Schöne ist natürlich, wenn man so eine Ebene hat hier mit dem Gauss, ihr seht das. Wenn ich nehme mal die Unschärfereien, die ich damit produziert habe auf 100 Prozent, das ist natürlich ein bisschen viel. Und da kann man natürlich dann sehr schön mitspielen, so wie man es gerne in der Form ausgeprägt haben möchte. Und was hatte ich jetzt eben? 54, 48, nimmt sich nichts und dann ist die Aufnahme im Prinzip fertig. Und wenn man es so nicht ganz so in diesem Grau-Schwarz-Weiß mag, kann man das Ganze auch noch mit einem Fotofilter beispielsweise. In dem Fall, ich blende das mal ein. Wo haben wir es denn? Die Eigenschaften haben sich da oben versteckt. Und dann kann man das Ganze auch noch, bin ich auf der falschen Ebene, so. Dann kann man es mit so einem warmen, tonigen Filter kann man das beispielsweise abmischen und dann auch da die Intensität rein regeln. Und die Aufnahme, finde ich, hat unfassbar gewonnen. Und jetzt gucken wir uns noch mal an die Aufnahme vorher. So ist sie aus der Kamera gekommen. Und das ist die Aufnahme, nachdem ich sie bearbeitet habe. Kommen wir zur zweiten Aufnahme. Dann können wir die mal in den Hintergrund stellen. Das ist die zweite Aufnahme, die ihr eben schon gesehen habt. Und es ist natürlich grundsätzlich, das ist genau der Punkt, erstmal eigentlich fast dasselbe. Sand, Himmel, Gras. Fertig. Mehr haben wir dann nicht. Unterschied ist bei der, wir haben eine diagonale Blickrichtung. Wir haben eben frontal auf die Düne, auf den Strandhafer geguckt. Haben richtig gerade drauf geguckt. Und jetzt haben wir so einen diagonalen Verlauf durchs Bild von zwei Strandhafer-Elementen. Und im Grunde habe ich das gleiche gemacht, was ich eben auch gemacht habe bei der Aufnahme. Das erste, wobei, das sei noch ergänzt, die Aufnahme unterscheidet sich von der vorherigen, dass wir eben jetzt hier nicht dieses Weiche des Sandes haben, dieses Angewehte, sondern ihr könnt das sehr schön sehen, wir haben diese Sandstrukturen hier drin. Und die sollen natürlich unbedingt rauskommen. Und dadurch hat die Aufnahme dann doch einen ganz anderen Charakter als die, die wir gerade gesehen haben. Und im Prinzip aber das gleiche. Einmal habe ich dann wieder eine Schwarz-Weiß-Ausprägung draus gemacht. Einmal für das Gras und für den Himmel. Ihr seht, da kommt auch schon ein bisschen Himmelsstruktur raus. Und ergänzend dann, weil das hier so ein bisschen komisch aussah, habe ich das nochmal eine Schwarz-Weiß-Ebene drauf gelegt und habe dann das nur für den Sand noch ein kleines bisschen anders entwickelt. Und dann kommt aber auch sogar dann der Himmel noch ein bisschen besser durch. Hätte man vielleicht auch mit einer hingekriegt. Ich habe es aber in dem Fall mit zwei gemacht. Dann wieder das gleiche Prinzip. Dann wieder Adobe Camera Raw. Und da habe ich dann ein bisschen angeglichen. Beziehungsweise ich habe hier mit der Ebene, nehmen wir das nochmal raus, ich habe hier mit der Ebene schon mal ein bisschen angeglichen. Denn durch diesen sehr harten Kontrast in der Schwarz-Weiß-Bearbeitung haben wir hier so ein bisschen so ein Halo. Also so einen Heiligenschein. Und den wollte ich nicht drin haben. Und dementsprechend habe ich das entsprechend angepasst. Und habe das also angeglichen. Dann ansonsten auch hier im Wesentlichen wieder eine Vignette drauf gelegt. Das Ganze ein bisschen auch abgedunkelt, wie ihr seht. Und habe dann noch ein bisschen retuschiert. Denn auch hier habe ich hier so ein paar störende Elemente. Die habe ich dann letztendlich über die Retusche auch wieder mit dem Pinsel rausgenommen. Und genau das gleiche Prinzip. Auch die Aufnahme habe ich so ein bisschen weicher, ein bisschen mystischer gemacht. Wieder mit einer Gauss-Ebene, also einer Unschärfe-Ebene, die ich da drüber gelegt habe. Und dann kriegt das Ganze diese auch etwas mystische, künstlerische Anmutung. Und am Ende auch hier noch ein Fotofilter drauf. Also das Prinzip ist das gleiche. Aber wir haben jetzt gesehen, dass wir zwei sehr unterschiedliche Aufnahmen gemacht haben. Obwohl wir die gleichen Elemente haben. Sand, Strand, Hafer, Himmel. Und trotzdem unterscheiden sich beide Aufnahmen sehr deutlich voneinander. Und die dritte Aufnahme, nochmal Sand, Strand, Hafer und Himmel. Aber ein bisschen weniger Himmel als bei den anderen. Das ist die hier. Und auch hier wieder das gleiche Prinzip. Hier hatte ich die Aufnahme am Anfang nochmal ein bisschen aufgehellt. Wollte da mit der Helligkeit und Kontrast spielen. Hat aber letztendlich nichts gebracht. Dann können wir dann gleich zu der Schwarz-Weiß-Ebene gehen. Auch hier wieder einen sehr harten Kontrast ausgeprägt. Und auch da dann wieder mit Adobe Camera Raw. Ein bisschen überprägt, aber in dem Fall gar nicht so viel. Und das Entscheidende, was ich gemacht habe. Ich habe noch versucht, den Kontrast ein bisschen zu verstärken. Zwischen dem Sand und hier dem Strandhafer. Dass sich das noch ein bisschen besser und ein bisschen stärker voneinander abhebt. Und dann auch hier wieder, so wie eben den Weichzeichner drauf oder die weich gezeichnete Ebene. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Das muss nicht so viel sein. Das kann man auch ein bisschen zurücknehmen. Nehmen wir es mal ganz auf Null und regeln es wieder ein bisschen rein. So, muss man gucken, wie viel man da haben will. So, ich denke, das reicht. Vielleicht noch ein bisschen viel, ein bisschen mehr. So vor vielleicht 50. Und auch hier nochmal das Gleiche. Ich habe in Adobe Camera Raw, also nicht das Gleiche. Ich habe in Adobe Camera Raw, habe ich das nicht ganz so hinbekommen, dass ich den Sand und das Gras ausreichend vom Kontrast hier gegeneinander abhebe. Deswegen habe ich das nochmal ergänzend mit der Gradationskurve gemacht. Und das funktionierte dann deutlich besser. Hätte man vielleicht auch in Adobe Camera Raw mit der Gradationskurve machen können. Aber ich habe es jetzt im Nachhinein gemacht. Und dann habe ich mal etwas gemacht. Vielen Dank für eine Grüße an den Dirk, der auf dem Workshop dabei war. Der macht nämlich die Farbausprägung, um den Aufnahmen vielleicht auch so einen wärmeren Look mitzugeben. Macht das nicht so wie ich, in der Regel mit einem warmtonigen Filter, sondern macht das mit einem Color Look ab. Das geht auch. Und dann habe ich hier einen Color Look ab reingepackt. Und auch das in der Deckkraft nicht zu 100% ausgeprägt, sondern in dem Fall zu 50%, um dem Ganzen auch noch so eine etwas wärm-warmtonigere Ausprägung mitzugeben. So, jetzt hatten wir dreimal Sand mit Gras und mit Himmel. Jetzt kommen wir doch nochmal zur Nordsee, also nochmal zum Wasser. Ich habe es ja eingangs schon angesprochen. Das ist also schon die fertige Aufnahme. Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Aufnahme an, so wie sie aus der Kamera kommt. Die Nordsee, ich habe es angesprochen, ist nicht so spektakulär und nicht so spannend wie der Atlantik, wie gesagt, in Wiener Britannia. Aber man kann durchaus mit vergleichbaren Techniken, so wie ich das jetzt bei der Aufnahme hinter mir gemacht habe, ich habe auch mal ein spezielles Video dazu gemacht, verlinke ich euch in der Infocard, mit der gleichen Technik, wenn das Wasser nämlich so eine Welle ranrauscht, kann man nämlich die Welle schön aufnehmen, fotografisch schönes Weitwinkel, schön tief fotografieren und dass die Welle die Aufnahme schön ausfüllt. Das sieht so noch sehr unspektakulär aus, aus den besagten Gründen trübes Wetter. Sieht alles sehr gleichförmig aus. Jetzt gucken wir uns nochmal nach und nach die Schritte der Bildbearbeitung an, aber auch hier wieder der gleiche Ablauf im Wesentlichen. Einmal Ausprägung etwas kräftiger mit SilverFX Pro. Da kommen dann auch die Sensorflecken wunderbar durch, die ich auf dem Sensor hatte, kriegen wir aber gleich wieder weg. Dann habe ich das Ganze mit Adobe Camera Raw wieder ausgeprägt und gleich die Sensorflecken entfernt. Und dann habe ich hier noch ganz kräftig mit dem Kontrast und insbesondere auch mit der Klarheit und der Struktur gearbeitet, um die Wolken, die wir jetzt mit SilverFX schon deutlich stärker rausgekriegt haben, nochmal herauszuheben. Und alleine wenn wir uns das jetzt angucken, gegenüber der Ursprungsaufnahme, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man sollte gar nicht meinen, dass das in dem Foto drin steckt. Dann habe ich noch ein bisschen retuschiert. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Ach doch, ich habe hier vorne, glaube ich, noch was rausgenommen. Irgendwie, naja, man sieht, dass das so eine Aufnahme auch bei der Bildbearbeitung durchaus noch einen gewissen Weg geht und dass man hinterher feststellt, was man vorher hätte machen können. Also habe ich dann hier, bin damit wohl nicht sehr viel weitergekommen, habe dann nochmal Adobe Camera Raw draufgelegt. Jetzt haben wir die Vignette, ihr seht das. Und jetzt habe ich auch hier diese Schaubflecken rausgenommen. Hätte man auch durchaus da unten gleich machen können, aber das ist wie gesagt genau die Entstehung des Bildes, wie ich es nach und nach entwickelt habe. Auch hier habe ich den gauschen Weichzeichner wieder draufgelegt, die Aufnahme ein bisschen weicher gemacht. Das kann durchaus, wie ich finde, jetzt ein bisschen mehr werden. Ein bisschen viel, so vielleicht. 21, ich mach mal 16, machen wir mal jetzt so, naja, komm, 40 darfst du es haben. Nochmal raus, nochmal rein. Ja, so sieht es doch gut aus. Und auch hier in dem Fall wieder, gauschen da rein und hier nochmal ein Color Lookup. Aber wie gesagt, es geht auch durchaus mit dem warmtonigen Filter. Müsst ihr für euch einfach mal ausprobieren, was euch am besten gefällt. Ihr habt gesehen, dass man so eine reduzierte Landschaft an der Nordsee, auf den ostfriesischen Inseln beispielsweise, unfassbar interessant fotografieren kann, beziehungsweise auch unfassbar interessant mit der Bildbearbeitung ausprägen kann. Also, wenn ihr mal auf den Inseln seid, nehmt euch die Zeit, lasst euch die Zeit, um euch einzusehen, in diese scheinbare, langweilige, gleichförmige, öde Dünenlandschaft, die irgendwie immer gleich auszusehen scheint. Und ihr werdet nach einer gewissen Zeit feststellen, dass ihr plötzlich immer mehr interessante Motive seht, dass ihr immer mehr Bildideen entwickelt. Also, Zeit lassen, Geduld haben, wie es in der Landschaftsfotografie ist. Und dann könnt ihr auch richtig tolle Aufnahmen von dieser scheinbar langweiligen, eintönigen Dünenlandschaft auf den ostfriesischen Inseln, in dem Fall auf Nordrheinland machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017